Hallöchen und willkommen zu einer neuen Reaction hier auf meinem kleinen Kanal und heute mit Totally Random 2023 Nummer 6. Die waren bisher immer ganz gut, deshalb gucken wir da einfach mal weiter. Letztens hatten wir ja nicht so tolle Meme-Compilations und sowas, aber die hier waren ganz gut, immer. Also, let's go. Oder? Ah. Oh du. So was macht man natürlich mit teuren technischen Geräten. Ja, das macht man nicht mit irgendeinem billigen Ball vom Teddy oder so. Das macht man mit seinem Smartphone. The world is made up of electrons, neutrons, protons and morons. Das war alles so geplant. Sie wollte das so machen. Ja, das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Spiel ich. Der verfolgt dich. Der verfolgt dich. Bis an dein Lebensende. Okay, das ist cool. Oh my goodness. Oh my goodness. Ein guter Bild. War zum Glück nur so ein billiger Mercedes. Kannst du glauben wenn das ein Dacia gewesen wäre. Das wäre teuer geworden. Der schüttelt den Baum. Woa, woa, stopp, woa, that's far enough. What are you doing? I said stop! Der hört einfach nicht, der Bengel. Das ist Breakdance. Junge, Junge. Das hat sie voll drauf. Was passiert da? Moise. Moise. Das ist auch cool. Ich glaube das Auto ist nicht so ganz dicht. das ist eine die ganze Zeit. Hovale, Niro, Niro. Ulli, Niro! Das ist Teil der Kuhlisch. Töne, Niro. Töne. Töne, Töne! Töne. Töne, Töne! Das sieht sehr spaßig aus. Nun, was passiert, wenn man den Napf nicht auffüllt? Oh, das ist ja. Das ist sehr verwirrend. Wenn man es selbst nicht anfassen will. So ein braver Hund. Wie? Das sieht auch sehr gefährlich aus. Haben die keine Straßen? Ich bin noch nicht über 40 zum Glück. Was ist das? Was sind das für Tierchen? Was ist das für Tierchen? Was ist das für Tierchen? Kaputt. Danke! Party Animals. Ja. Ja. Oh, ich sehe wie es ist. Du hast nicht eingeladen. Du hast nicht eingeladen. Was kommst du zur Party? Rude. Es ist wichtig, dass es nichts passiert ist. Vielleicht ist es für einige Fans hier in der Hotel. Ähm... Oh, Sch champ. Oh, Sch... Oh, Sch... Stop it! Du... Ouh! Mit der Fresse aufgekommen. Bees-bees-kasseligen-noten sehr nett sehr bald halloween was denn geister eindeutig der hat mich nicht mehr erschreckt ich dachte jetzt er gehört zum video absolute kelle kelle julien beim hier am stil spiel alles gut du wangst du leid gibt es natürlich wir wechseln die zähne das war's für diese reaction ich bedanke mich fürs zuschauen und sage tschüss bis zum nächsten mal das war's das war's das war's